Hallo Leute und jetzt Willkommen zu einer neuen Folge Minecrafting und Player mit oder ohne Problem Wir nehmen alle Knüpfchen und es ist kein Singleplayer sondern Muttiplayer Tut mir leid Ich wollte gerade schon sagen Wir sind Singleplayer mit einer verkehrten Welt Los mit dir Keine Ahnung Keine Ahnung Meine Kürsenhauten sind komplett entfernt So Hier mal ein bisschen absahen Wie absahen? Also bitte Junge Zuschauer So links weißt du Weißt du Du meinst nicht absahen Du sagst dir nichts Ne Nicht absahen Okay Sag dir nichts mehr Weißt du Weißt du Hast du Kabelstone? Ich brauche das selber Ich brauche das selber Aber ich habe glaube ich auch gar nichts mehr Ja Ich habe schon alles gewartet Ja ich brauche da auch nicht so viel Habe ich hier noch Holz drinne? Ja habe ich Gut Du musst dann wieder Kabelstone fahren Yay Leute Unsere Lieblingsbeschäftigung Seit wieviel Tagen alter? Also wieviel folgen 6-7 oder so Keine Ahnung Eigentlich hast du es immer Aber man wird es auch immer wieder machen Solange man sich irgendwie Höhlen würde Oder im Bergwein oder so Es ist leider so Aber ich würde gerne Ich hätte gerne einen Verzauberungstisch Kannst du dir eine Diake bauen? Nein Oder beziehungsweise wieviel Diamanten hast denn du? Zwei Ach Scheiße Doof Weil Verzauberungsstisch wäre schon echt nice eigentlich Aber naja Ja stimmt Ich brauche mal ein bisschen so an meinen Haus weiter Weißt du? Ich glaube ich werde aber auch bald mal meinen gehen Weil Erstens für Diamanten denn Obsidian Und dann Will ich nämlich Ich brauche nämlich ein bisschen Redstone und so Stoys für Farmen und so Was soll ich jetzt machen? Ähm Ich weiß nicht Keine Ahnung Ich wollte meine ganze Spitzhacke wieder leer machen Und dann sähe ich die Kabel sonnig ab Und dann weiter es zu bauen Aber was du machen wolltest Das ist mir immer und immer wieder auf neues Einreizeit So mach mal ein Kinder ey Lieben Was für ein Leben Soll mal Kinder machen ja weißt du? Okay Ich brauche nämlich Wolle Löffel mir Ähm Wolle Da So viele Steine Hier wird die Bude wird so geil, die ich hier reinbaue denn. Schade, dass ich keine Anwechslwolle habe, aber gut. Das lässt sich nur an nichts einrichten. Hättest ja nicht, du hast ja in den Berg reingebaut, du Bastard. Dein Ernst? Wer? Du! Nein! Locker! Ja, das war vorhin noch nicht. Hä, was, wo? Ja, du hast dich da in den Berg reingebaut, Alter. Achso. Ja, du bin nicht, Adi. Ich habe gerade irgendeinen Creeper gehört, ne? Hast du ihn ja auch gehört? Ne. War der bei dir, ne? Ganz kurz zu machen und es hier zu machen, das schwöre ich dir, Alter. Du hast hier keine glücklichen Minuten mehr auf dem Server. Du hast hier eine glückliche Klavier gefordert. Jaa, er nennt er ihn. Jaa, ohne Top, Alter, ohne Top. Nein, nein, nein. Gib mir das Geburt, lebe auch nicht meine Sachen auf. Alter, gib mir mein Cobblestone, gib mir mein ganzes Cobblestone, Alter. Was lieb ich doch gerade? Ich habe alles anal erfahren. Meine Schaufel, mein Essen, und ich hatte mehr Cobblestone ungefähr. Jaa, mein Essen. Mein Essen. Warte doch! So, warte. Das ist ein Creeper. Das ist ein Zombie. Digga, aber hier ist voll gefährlich. Was? Du musst mal dein Bett ordentlich hinstellen, sonst wird das nicht. Ach so. Weil das so in der Luft schwebt. Kann ich keinen spawnen, Alter. Genau. Das wird sein, das wird sein. Angst, dass ich hier runtergehauen werde vom Zombie. Pass auf, das ist ein Creeper, Alter. Ich hab sogar den Arc de Verge. Warte. 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 Okay, jetzt komm ich. Aber ich weiß nicht warum. Jetzt ist eigentlich genug ausgehöhlt. Weißt du? Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Hier liegt er in einer Lederhose. Ich brauch keine Lederhose. Ich geh nicht mehr drauf. Domina Style. Domina Style ist zwar immer geil, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fuck. Komm, meine Spitze. Ah, egal. Später. Oder noch die Welt hier. Ja geil. So, dann kann ich jetzt wenigstens hier... So. Warte. Mann, toll. Jetzt hab ich wie viel verloren, Alter? 32 Level. Ja, selbst schuld, wenn du mit Schlagen musstest. Was? Hä? Warte mal. Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast angefangen zu boxen. Ich hab gar nicht gemacht, Alter. Lagen zu schlagen. Klar. Du hast doch angefangen zu schlagen, du Fischer. Ich hab's auch vorher. Beim ersten Mal hast du geschlagen. Da bist du einfach... Da bin ich einfach hinterher gelaufen. Du hast einfach aufgeboxen, so ein Idiot. Ja. Du Idiot. Du bist halt irgendwie. Warte doch... Lass mal pennen gehen. Nein, jetzt leck mich. Jetzt leck mich. Nein! Lecke dich nicht! Oh, jetzt meine Mauer ist weg. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer... Vielleicht... Die Schuhe... Vielleicht... Die Schuhe... Warte mal... ...warte mal... Warte mal... ...warte mal... ...mhm... ...so... ...mahn... ...reg mich das auch mit dem Scheiß... ...Hebs... ...Hebs... ...Heb... ...heb die gesamte Deine Lederhose... ...auf... ...ja, läuft aber nicht... Meinst du warum die so braun sind? Ne, die ist rosa. Ah, passt auch. Die passt auch. Ah, äh. Die passt auch. Bei den Crap Slaps. Aber dann ist immer die Decke so schön hoch. Legen Malte keine ganzen Blöcke hin. So. Hallo. Sie ist doch kark. Auch und schon wieder elektrisch erzielt. Die fängt schon hoch. Läufe dir. Die machen mich nervlich kaputt hier. Oh, shit. Diff, 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 diff. Zack, zack, zack. Mann, Mann, Mann. Oh, schwirme. Oh, schwirme, komm. Warte. Ich hab, ich hab ne Narr. Einde. Geh hoch mich schnell. So. So, aber sieht ja ganz gut aus jetzt. Hast du so gesagt? Ich hab gesagt, sieht ja bis jetzt ganz gut aus so. Ach so. Ja, kann sein. Ach nein, ich hab immer weiter, ich mach alles runter. Ich hab's jetzt. Ach ja, oh Mist. Haben wir jetzt einfach mal aus Frusten eine Holzspitzhacke gebaut. Aber ich kann jetzt anders im Moment da. So, verliere. Weil ich das beste Paddle Stone brauche. Ja, ich gehe da auch mal ein bisschen Paddle Stone fahren. Ja, aber nicht da oben, Alter. Du hast mir ja schon meine Pumpe gut gemacht. Ganz ehrlich, ich mach mir gleich ein Eis aufsuchen und dann bist du tot. Das schwör ich dir. Dann mach ich. Aber wenn du so richtig, so richtig unerwartet bist. Okay. Okay. Gut passieren. Irgendwann. Mann, Mann, Mann. So, wie viel Steine auch weiter, frage ich nicht. Ich würde gerne mal interessieren, ich könnte mir in die Kommentare schreiben, ob ich das so eine Ausnahme machen soll und mir das so offscreen erfarmen darf. Nein. Weil das wäre sehr, sehr gut eigentlich. Warum nicht? Absolut nicht. Wärst du dagegen? Ich wäre dagegen, ja. Warum? 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 Klaus geht doch nicht auszurühren. Ah, du bist so ein Farbe. Aaaaah. Da brauchst du nur um meinen Kuhn zu gehen. Kuhn? Nein, katholisch. Oh, jetzt kommt so irgendwas, was ging katholisch zu. So, weil die Steine mitnehmen. Man hat ja so wenige. Ich bin in meinem Holzfamm gehen, genau. Ich brauche Birkenholz. Birkenholz? Ich brauche Birkenholz. Weißt du? Ja, weiß ich. Hast du gerade eben erzählt? Was kann man nochmal mit den Tintenfischen machen? Dann kann man auch Teppich hier färben, oder? Ja, weißt du, wie man noch färben kann? Ja, nee. Die Rosette deiner Mama. Nee, sag mal. In welcher Farbe kann man die Wolle färben? Ach so, und dann wolltest du so eine Teppiche machen. Ja. Ah, okay. Aber ich wollte, ich habe einmal ein weißes Teppich und dann wollte ich nur einen Angriff haben. Da war so einmal. So groß? Ja, so. So wie der Tod? Nee. Nein, warum nicht? So schön. Ich würde sagen, das führen wir in der nächsten Folge aus. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge wieder gefallen. Das könnt ihr mir gerne mit einem Daumen nach oben symbolisieren. Schaut doch mal bei NacosNator. Machen. Bei MarkusNatorLP vorbei. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, hallo Ryan, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.